Ich glaube persönlich, dass unsere ganze Branche davon profitieren kann, dass wir solche Emotionen in unsere kleine Solarienbranche bringen. Was hier entstanden ist in einer so kurzen Zeit, ist wirklich unglaublich. An das Team eine unglaubliche Leistung und ich finde, das ist mal einen echten Applaus wert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017